Und Willkommen zurück zu Let's Play Rarely Seconds Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen heilen hier 14 älter Aber wir können ja mal mit Tränken arbeiten So Wir müssen noch nicht alles vergolden Oh, das sieht nach einem Update aus Was gibt es denn hier schönes? Ok, Level 3, das Teil der Labor 24 Stunden dauert 18 Minuten Jo, ist eine Partlänge Dann machen wir das jetzt einfach 18 Minuten ist ungefähr die Partlänge, die wir hier haben Bei 20 Minuten Parts Bekommen wir das am Ende auf jeden Fall raus Das ist schon mal gut Den roten haben wir jetzt noch unten gemacht Das heißt Das heißt jetzt was? Was hieß das jetzt? Ach, wir können ja hier lang, okay So, ich überlegen, was heißt denn das jetzt? Hä, der blaue, müssen wir den auch bedienen? Ne, das haben wir zu früh gemacht Okay, am Ende müssen wir den blauen bedienen Weil der uns dann da weiterführt Da oben Wollen wir erst da unten landen Gut, da unten gibt es eine Truhe Den müssen wir uns auch erst holen Allheilendeckel, okay Das ist ganz schön anspruchsvoll hier Dann haben wir dieses hin und her gegen eine Killerameise Lodern Astralmagie Magische Gunst Und Die kann ich mit der Plündern machen Und nicht die Luftlaterne, die gibt nichts Killerameise Echokraut Echokraut könnte echt nicht genug haben Und immerhin kriegen wir durch Stehlen dann auch zwei Stück Das macht es noch besser Mal angreifen, angreifen Wir steigen ja auch vom Level her Das heißt es wird für uns im Endeffekt auch einfacher hier zu bestehen Oh da oben scheint es dann endgültig weiter zu gehen Weil da ein Speichertypi ist Das heißt danach wird es wohl ein Szenario geben Okay Dann sind die Meereshöhlen tatsächlich gleich beendet Dann können wir schön die Kämpfe noch drin lassen Und äh Und mit dem Typen nochmal schön aufheilen Nice, nicht gut Echokraut nochmal zweimal gestohlen Du kriegst auch teilweise echt Gute Gegenstände von einigen Tango Game, wie gesagt, das können wir verticken Ist jetzt nichts gutes Oh, you want me to laugh Und oh, ein Job Level für Tiss Unterstützungsfähigkeit Tempo plus 20% Uh, das ist geil Das ist geil Müssen wir das nochmal ausrüsten Oder hast du das eigentlich direkt schon drauf Ne, das ist noch nicht direkt drauf Dann packen wir das drauf Angriff um 20% erhöht Und Tempo um 20% erhöht Okay Jetzt ist er auf jeden Fall der schnellste unserem Team Richtig nice Na das ist nie verkehrt So Jetzt bitte einmal den blauen Obelisken nach oben gerichtet Dann können wir uns hier verdynamisieren Gibt's auch nichts mehr Okay Guten Tag wer da her Objekte kaufen Was hast du? Ey, das heißt einfach so schweineteuer Ey Der Klöck hat nur neun, da kommen noch vier Stück Ein bisschen mehr, kann ich schaden Arktis Wind Feuerschaden Entfüllt Gesundheit und Schwäche Ne, brauchen wir alles nicht Dann möchte ich mich gerne in der Hütte ausruhen Kostet 100 Gold, das machen wir auf jeden Fall Nur der Heilung wegen Und dann gehen wir weiter So, einmal speichern bitte 17 Stunden Spielspaß haben wir schon Ey, krass Okay Los geht's, weiter Betätigen wir dich Oh, was wird das jetzt hier? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? The compass Meow Finders keepers Nothing gets by Minette Thanks to my information superhighway Meow to bring the compass to his majesty I wonder what treat he'll have for me this time Brrrrr Oh yeah? Take a look around you We've got you trapped Like a rat That's right We're not gonna let you run away this time Run away? I think you misunderstand our game of cat and mouse His meow justy gave Minette one more task Mutualize you and his meddling friends Meow hahaha Mutualize? A little girl like you? Who are you calling a little girl? Minette is a cat The queen of all cat kind Your silly human notions of good and evil mean nothing to us cats Minette likes his meow justy His meow justy is nice to Minette When Minette was down His meow justy patted her head And scratched behind her ears His meow justy told Minette She's a good kitty And his meow justy introduced Minette To one of her favorite kitty friends Fizzmark Here kitty 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 That's one big kitty Uh tis I don't think Meow hahaha Don't they look yummy Don't they look yummy Bismarck? Do you hear me? You... Meowgia? This is the end for Mew meow This is the end for Mew meow This is no kitty This is a little... Aw Is someone a little scaredy cat? Busy is a sweet little kitty Who obeys my every command Minette! Holder of the Catmancer Meowsterist has got her claws on you! Meow! Put up your paws! Jo! Dann wollen wir mal, wa? Hahaha Scheiße Ich hab ganz vergessen Dass man hier gegen Minette antreten muss Okay Ich würde mal sagen Für die Folgen erstmal alle Und Eingedöst Ist nicht dein erst Das große Problem an diesem Kämpfchen ist erstens Minette kann verschiedene Zauber wirken durch diesen Katzen Beschwörer Asterisken Das ist so wie ungefähr Gao damals aus Final Fantasy 6 Sie verschiedene Angriffe lernen kann Und das zweite nervige ist Bismarck Bismarck hat die besondere Fähigkeit Ich meine es war Fangzahn Die dich auf einen runter haut Instant auf einen runter Wir können froh sein, dass man nur hier ausgewichen ist Ja Als erstes müssen wir auf jeden Fall Bismarck kaputt klatschen Weil der ist wirklich Der ist wirklich der fiese Brave Und dann bitte mal Blitze Als Nebel Alphandel Gut Schallknall Siehste da haben wir nämlich den Angriff von diesem Ähm Wie heißt der denn Von diesem Manticore damals aus der Wahlschlucht Ruf der Wildnis Okay eingeschüchtert Okay eingeschüchtert So jetzt war Nebel aufgebaut Hier schonmal Instant Schal Das ist schonmal gut So die kann nicht mehr default und nicht mehr brave Bei Furcht Das ist schlecht Okay Astral Magie bitte Auf Physisch auf You Den Einen lass ich bei ihr und du musst brave Und wirst jetzt mal plündern auf Bismarck Und plündern auf Ninet Oh Die labert einfach zu viel ne Das blende ich jetzt nicht aus Ja ja Ich finde diese Unterhaltungen in den Fights Ich glaube jetzt einfach dazwischen Wo ich gerade anreden war Und ihr unterbrecht mich ja nicht Ähm Finde ich ein bisschen bescheuert Ja das kann man vorher klären Und nicht in den Fights Aber ja gut Das ist meine Ansicht Allheilmittel mal 2 gestohlen Okay Mitrielaxt mal 2 gestohlen Uuuuuh Okay Nice 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 Mitrielaxt Ist doch mal bestimmt was für You Bismarck Du machst jetzt einfach mal Dies hier Naja jetzt nochmal Ach ne das kostet ja Ne das ist alles gut Du machst wieder Astral Magie Die magische Gunst Und du Kannst jetzt mal auf die Auerochsenhalter gehen Warum Auerochse? Na Verteidigung natürlich erstmal Wir können ja danach noch auf den Einsatz gehen Aua Schau mal Also Bismarck hat ganz schön zu fressen gekriegt gerade Er wird richtig angeschwächt sein Und jetzt gibt es noch schöne Bespörungen dazu Und jetzt gibt es noch schöne Bespörungen dazu Und jetzt gibt es noch eine schöne Bespörungen dazu Und dann ist auch Woaa Nice Und jetzt Schlapppunkt Ich würd mal sagen Wir haben wissen was wir machen müssen Und dann Du machst Heilige Magie Einfach mal alle heilen Und du machst den Schießhorn 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 Boah Bis mal krieg ich echt auf Ein Widers Nein Mist Jetzt bist du wieder aufgewacht Zu spät Brave Das Schöne ist Wir kriegen dadurch dann auch Brave zugesprochen Ähm Wolfsfang auf Bismarck Jawoll Bismarck ist down Da kommt wieder der Schallknall Das ist jetzt nicht so gefährlich Und jetzt kriegt man dann richtig auf Und das überspringen wir jetzt einfach Wenn ihr mit dem Steuerkreuz nach rechts geht Macht das ja schneller Und dann überspringt ja auch solche Sequenzen Gut Einläufen Du gehst durch Default Haltung Die machst du wieder mit Spießhorn Und jetzt wie lange hält sie das noch aus Schein klein Warum pennt die immer noch Objekte Super Tranquilie Default Kannst eigentlich mal einen lebensdieb machen Eigentlich mal selber Yeah Sieht krass auch äh Und Oh Na Na Wenn du jetzt Bist du jetzt fertig Äh Eiszapfen noch hinterher Oh man Nur ja ist auch mal soweit Na guck an Wir leben oft alle Ähm Wolfsfang Ja Das müsste jetzt auch mal genug gewesen sein Ach Ach Minett Nu hör doch auf Es ist doch mal genug Es ist doch mal genug Es ist doch mal genug Ja Na also Das war's 1.083 Und 1.083 Und 120 Job Katzenbeschwörer Magie bräuchten Mit Beton auch bräuchten Weil dieser Katzenbeschwörer ist total scheiße Ja Der finde ich total lächerlich Und ich hasse diesen Asteristen Und ich hasse Katzen Und da werde ich auch nicht einsetzen Also voraussichtlich setze ich den auch nicht ein Nee Auch wenn die Herre der Schöpfung dabei eigentlich ganz cool aussehen Katzen spiegeln Feindbewegung Kann Monster Fähigkeiten lernen Versteht Katzen bevorzugt Äxtre und Fäuste Spezial Lernen Sobgeschickt Katzenbeschwörung Ja 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 Mehr gibt's da jetzt auch nicht zu sagen Jan? Mäuster Ungard Minette Blastitall Couldn't you have held them off just a minute longer? I'm so sorry but look Minette got the stray compass Here Meuster Ungard Don't worry about Minette Be a good kitty and take the compass to his majesty Entschuldigung, Minette. Komm, meine Minions. Minette hat sie mit ihr Meowker. Aber Mew muss weiter kämpfen. Mew! Mew! Warte, Jan! Sie haben ihn mit einem Wiesker. Sie werden sie als wenn wir einen anderen Schritt nehmen. Oh, ich kann nicht mehr davon nehmen! Jan ist sicher für die Skyehold. Wir müssen zurück nach Anschein, bevor sie wieder nachdenken. Los geht's, alle! Wir retten die Kompass und Annias aus den Kaisern. Ist klar, nicht? Ist klar? Ich traue mich nicht. Du kannst jetzt mit Katzen sprechen. Du musst Katzenbeschwörer werden, um diese Fähigkeit nutzen zu können. Wer will denn mit Katzen sprechen? Das ist scheiße! Aber wir können uns den mal angucken. Katzenbeschwörung verbraucht Katzenfutterobjekte, um Fähigkeiten zu nutzen, die du von deinen Feinden lernst. Nachdem du Katzenbeschwörer ausgewählt hast, musst du die persönliche Fähigkeit auswählen. Eingelöst. Es besteht eine 50-prozentige Chance, alle Feinde in den Schlafzustand zu versetzen. AG-Objekt. Erhöht den durch Angriffsobjekte verursachten Schaden und das 1,5-fache Graben. Gräbt im Kampf nach Katzenfutter. Die gefundenen Objekte variieren je nach Umgebung. Irreführ. Senkt die Wahrscheinlichkeit von Feinden, anvisiert zu werden, so weit wie möglich. Lernen. Du erlernst bestimmte Fähigkeiten des Feindes, wenn sie gegen dich eingesetzt werden. Nur ein Gruppenmitglied muss Lernen ausgerüstet haben, damit alle in der Gruppe davon profitieren. Katzensinn. Erhöht die Chance, dass die Gruppe den Erstschlag machen oder einen Brave-Angriff ausführen kann um 5%. Dieser Effekt summiert sich nicht, selbst wenn mehrere Charaktere dich zur Fähigkeit besitzen. SP-Miauktion. Verbraucht Katzenfutterobjekte, um starke Fähigkeiten zu nutzen, die du von deinen Feinden lernst. Das ist nämlich der Nachteil an diesem Spielchen. Du weißt, man kann ganz schlecht einschätzen und ganz schlecht beurteilen, was ist eine schwache, was ist eine starke Aktion. Das ist ganz schwer hier und das ist auch ein bisschen beschissen eingeteilt, was als gut und was als schlecht gilt. Das heißt, du musst erst Level 8 erreichen, damit du wirklich gute Zauber einsetzen kannst. Ansonsten lohnt sich dieses Katzengedöns überhaupt nicht. TP 20%, ist klar und perfekt. Erhöht deine physische und magische Abwehr auf ihre Maximalwerte. Selbst Dauer 10 Züge. Kostet nur 8 MP, ist eigentlich ganz nett. Aber wie gesagt, das kostet einfach viel zu viel. Die linke Seite bis auf Graben ist total unnötig. Und mit der spezialen Miauktion erst auf Stufe 8 kriegt man die tolle Fähigkeit erst viel zu spät. Das heißt, im Endeffekt ist der total Nonsens. Braucht man nicht. Ich werde mich hier jetzt noch mal aus, obwohl wir hier ausruhen tun wir nicht. Wir porten uns einfach mal raus. Objekte. Nur der Teleportstein. Und raus. Hier sind wir nämlich fertig. Jetzt haben wir die Net schon vernichtet. Krass. Ob der Kaiser noch mehr hat? Meine Güte. Ob der Kaiser noch mehr von diesen Angehörigen Spezialeinheiten hat? Wir haben hier schon einige kennengelernt. Ups. Blitze. Ne, Diebstahl. Okay dann. Schneller hier. Nein, kein zweiter Kampf. Der reicht. Ach guck, da müssen wir heute in der Wüste pausieren. Ja, weil Folk Luna hat sich entwickelt. 32 Stunden. 2 Stunden. Das geht dann schnell. Das geht auch ganz schnell. 24 Stunden. Oh. Das fürs nächste Mal. Dann haben wir da wieder was. Okay. Beim nächsten Mal gehen wir dann mal anschauen und gucken mal, was E-Mails-Festung da macht. Okay. Seht zu Leute. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.